So, Kieren! Jetzt geben wir noch etwas Gas! Drei, vier! Auch so hat es Tönt, als wir letztes Jahr auf dem Bauerberg bei uns oben im Berner Oberland den Abschluss des ersten Urchigalbums gefeiert haben. Eine ziemliche Festhütte und ein riesiger Erfolg. Die Leute hatten so Freude, dass wir gefunden haben, jetzt können wir nicht einfach aufhören. Mit Andrea Berg habe ich beim Samstagsjahr Sternenträumer als Duett gesungen und das ist bei den Fernsehzuschauer auch so gut angekommen, wie auch noch dazumal der gejodelt Indian. Jedes Tages Sternenträume sehen, Sternenträume sehen, Sternenträume sehen. Die Leute hatten so Freude an diesem Teil. Komm, wir machen das nochmal. Aber nicht noch einmal nur Göhle, Göhle, Göhle Lieder, sondern es gibt ja so viele schöne Schweizer Lieder. Also, probieren wir mal, ob wir das Recht bekommen von den grössten Schweizer Hits und so. Ja, jetzt laufen wir wie ein Rappen. Was soll ich sagen? Drei, Viertelstunde, sagen wir mal. Wir werden ganz gemütlich nehmen. Gell? Ja. Es ist nicht so lang, der Weg. Nein, das geht. Wir werden so laufen wie bis jetzt. Genau der Weg, wo wir nicht hochlaufen, bin ich dann hier hochgekommen, wo ich das Lied gemacht habe. Ja. Nein, nein. Das hast du schon hier unterwegs. Nein, nein. Nein, nein. Das ist dort am Ort passiv. Der Aufstieg geht etwa dreiviertel Stunde Dorthin, wo der Schörer im 1981 dieses Superhütte geschrieben hat. Genau. Der Launensee. Während die ältere Garde ins Berge geht und in alte Erinnerungen herumkramt, haben die jüngeren Mitwirkenden vorher in zwei Ebenfalsenreisen in die Vergangenheit gemacht. Ja, es ist natürlich ein Moment, so ein wenig mit dieser Musik, das hat einfach das Publikum wiedergefunden. Ich glaube, die Leute sehen sich einfach auch irgendwie nach dem Teil Heimat. Und es ist natürlich cool zu sehen, dass da noch eine Generation nachkommt, wie eben Simu oder Jessie, die Freude haben an dieser Musik. Und für uns ist es wichtig gewesen, dass wir einfach, sagen wir mal, nicht nur auf die ganz traditionellen Hits setzen, sondern einfach auch den einen oder anderen Jüngern dort und rein genommen haben. dass ihr ewig spritzt, aber wenn ihr es nügt, wird es wöscher, hooooh. Jungs, jungs! Jungs, jungs! Vielen Dank.